Hallo und willkommen zum nächsten Kampf, ähm, hämmernde Prüfung. Oh, ein paar hundert der Gegner. So. Hier sind die gegnerischen Verteidigungslinien stark und unnachgiebig. Erhöht, wenn der heftige Schlag der Figur ein Gegner trifft, die Crit und den Crit schaden aller Truppenmitglieder. Lass heftige Schläge auf deine Gegner niederprasseln und durchbrich ihr rein. Na, das ist ja toll. Toll. Was, eine Auswahl. Ja, dann muss ich dich ja mitnehmen. Und dann so. Der einzige, der auf heftige Schläge eigentlich ist, ist Lainey. Na. Das kann ja mal ein Team werden, da. Oh, oh, oh. Ja, Jan-Fei wäre natürlich nicht schlecht gewesen, stimmt. Naja. Ach, schade. Sieht alles gleich aus. Ja, sein könnte, dass es auch mal anders jetzt wäre hier. Ah, das. Ich glaube, ich spiele einfach normal. Bitte. Oh Gott, das ist ein. Kein Wunder, ich habe ihn nicht. Bitte. Also ich kann dir sagen, mit dem Charakter macht das keinen Spaß. Aber gut, das ist vielleicht auch alles Ansichtssache, da weißt du schon. Also das müssen wir in dieser ganzen Kombination machen. Kein Spaß. Ich glaube, ich habe ihn nicht. Naja, das ging ja schon mal ein bisschen besser. Ja, das war jetzt mal sehr effektiv, der ist weggeburned. Ja, das war jetzt. Na, wenn man nur mit Fire kommt, ist das auch irgendwie doof, ne? Wasser oder Blitz oder sonst was, Dendro wäre auch ein ganzes Vorteil hier, aber irgendwie ist uns das nicht gegeben. Ja, schmeiße Meteoriten auf den Kopf. Auf Wiedersehen. Na, siehste. Oh, da hab ich ja gar nicht drauf geachtet. Ah, nein, das muss man jetzt bestimmt machen. Ach nein, das hab ich ja ganz vergessen, dass sowas ja auch noch vorkommt. Oh, heftige Schläge. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, wie oft und wie viele wir da haben. Fertig mal. Boah. Definitiv nicht mit dem Team. Das ist klar. Jetzt will ich wissen, ob man das im Nachhinein auch mal schnell machen kann oder nur den Boss machen kann oder wie auch immer. ähm, weil dann nämlich, weil dann nämlich euch einfach, ach ne, oh. Ich weiß nicht mehr, was meine Yanfei hat oder ob sie überhaupt was hat gerade. Deswegen muss ich leider die anderen nehmen. Aber mit Yanfei geht es auf jeden Fall am leichtesten. So, dann können wir auch einmal direkt testen, wenn wir gleich den Bosskampf machen. Das andere wäre optional. Eigentlich nur. Ach, was ist das denn? Ja, ja, komm, hau raus. So, was ich jetzt mal gerne wissen will, wenn man jetzt genug heftige Stege gemacht hat. Ob, ähm, ob ich dann direkt verlassen kann, ob das schon zählt, weißt du? Also es dauert zwar ewig und drei Jahre, das muss man ja mal zugeben. Aber, man schafft es. So. Gleich geschafft. So, und falls es nicht funktioniert, mache ich das natürlich im Nachhinein gleich selber nochmal, ohne das aufzunehmen. Okay. Aber jetzt ist das mal ein Test für uns alle. Ich glaube, ich habe es erreicht, ne? Ich kann es jetzt nicht nachdenken, aber das müssten auf jeden Fall jetzt Dings gewesen sein. 40. So, da bin ich mal gespannt, ob er das dazu gerechnet hat. Ja, wunderbar. Mehr wollen wir doch gar nicht. Sehr schön. Da haben wir doch die Belohnung. Finde ich gut. Ich bedanke mich und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und Tschüss. Resistung. Es ist toll. Ich werde auf jeden Fall. Glaublicht. Monat occurred an sich spiel. Also, wir können mit alles bis zu etwas wありn unmachter. Untertitelung des ZDF, 2020